Hallo Leute, es gab wieder eine schöne Rezeptidee, und zwar diesmal von Yeti. Er wollte gerne ein veganes Chili haben. Ja, nichts leichter als das im Grunde. In diesem Fall mache ich das Chili mit Tofu, also Räuchertofu. Ihr könnt allerdings auch Seitan nehmen, wenn ihr möchtet, oder Seitan fix zum Beispiel. Aber so ist es halt glutenfrei. Ja, los geht's. So, als erstes habe ich hier mal 400 Gramm Räuchertofu. Den könnt ihr natürlich jetzt auch klein schneiden. Ich werde ihn allerdings klein reißen, damit er so ein bisschen grober und ungleichmäßiger ist. Ihr könnt ihn auch quasi einfach zwischen den Händen zerkrümeln. Ich nehme jetzt übrigens Räuchertofu und keinen normalen Tofu. Also erstmal wegen dem Geschmack, weil das ein bisschen rauchiger ist. Aber auch, weil der Räuchertofu nicht so leicht zerfällt. Also der hat von vornherein schon eine etwas festere Konsistenz als der normale Tofu. Und deswegen habe ich mich jetzt mal für den entschieden. Der wird nämlich auch ein bisschen mitgekocht. Und der normale würde dann wahrscheinlich nach und nach zerfallen. So, erstmal beiseite stellen. Dann habe ich hier 500 Gramm Tomaten und 250 Gramm Paprika. Und die schneide ich jetzt ganz einfach in kleine Stücke. Ihr könnt natürlich auch die Tomaten vorher schälen, wenn ihr möchtet. Das mache ich jetzt nicht, weil mich die Schale ehrlich gesagt nicht stört. Oder ihr könnt auch einfach Dosentomaten nehmen. Das würde auf jeden Fall ein bisschen einfacher gehen. Jetzt noch die Zwiebel in relativ kleine Würfel schneiden. Dann noch eine Knoblauchzehe, einfach in feine Scheiben. Zu den Zwiebeln dazu. Und natürlich eine Chilischote. Ich habe jetzt hier eine kleine Chilischote aus dem eigenen Garten. Ja, wie viel Chili ihr nehmt und welchen Chili ihr nehmt, ist natürlich euch überlassen. Je nachdem wie scharf ihr euer Chili haben wollt. In diesem Fall nehme ich übrigens auch die Kerne mit. Anders als es viele Fernsehköche immer zeigen. Weil ja, die Schäfer aus den Kernen finde ich, die kann man ruhig mit nutzen. Durch die Tomaten, und ich werde auch ein wenig Tomatenmark ranmachen, kommt da so eine gewisse Säure in das Chili. Und eigentlich könnte man das durch Zucker wieder ausgleichen. Aber ich möchte nicht unbedingt Zucker ranmachen. Deswegen habe ich hier ein paar getrocknete Aprikosen. Und die werde ich einfach klein schneiden. Und die werden dem Ganzen dann so eine gewisse Süße geben. So, dann braucht ihr natürlich noch Kidneybohnen. Ich habe jetzt hier eingeweichte schon vorgekocht. Also 12 Stunden eingeweicht und dann ca. 60 Minuten gekocht. Ihr könnt natürlich auch welche aus der Dose nehmen. Ich nehme immer lieber die trockenen. Und das sind jetzt ungefähr 125 Gramm getrocknete Bohnen. Und im gekochten Zustand dann 450 bis 500 Gramm. Also dürften das zwei Dosen sein. Dann braucht ihr einen Topf mit Olivenöl. Ungefähr 5 bis 6 Esslöffel. Da können wir gleich schon mal die Stiefel, der Knoblauch und die Chilischotten rein. Und das Ganze wird dann ganz kurz glasig angeschwitzt. So, nach einer Minute ungefähr könnt ihr die Aprikosen dazugeben. Und nochmal ganz kurz anschwitzen. Dann habe ich hier jetzt einen halben Teelöffel Chili. Da wie gesagt auch wieder selber gucken, wie scharf ihr das haben wollt. Und einen Teelöffel Kumin oder Kreuzkümmel. Wird auch kurz mit eingespitzt. Und dann könnt ihr auch schon euren klein gerissenen Tofu dazugeben. So, wenn ihr den Tofu ein bisschen eingebraten habt. Und auch schon ein bisschen braun wird. Dann könnt ihr auch die Tomaten und die Paprika dazugeben. Und auch gleich einen Esslöffel Tomatenmark. Jetzt kommt noch ein halber Liter Wasser dazu. Und ein bis zwei Teelöffel Salz. Das Ganze könnt ihr jetzt erstmal bei recht hoher Hitze ungefähr eine Viertelstunde köcheln lassen. So, wenn das Ganze eine Viertelstunde gekocht hat, dann könnt ihr die Bohnen dazugeben. Meine Bohnen sind jetzt noch nicht so super weich. Deswegen kann ich noch eine Viertelstunde mitkochen. Wenn ihr die zum Beispiel schon zu weich gekocht habt, dann am besten erst kurz vor Schluss dazugeben. Und die aus der Dose, glaube ich, sind auch recht weich. Die muss man auch nicht mehr so lange mitkochen. So, nochmal Deckel drauf. Und das Ganze nochmal eine Viertelstunde auf mittlerer Hitze köcheln lassen. So, nach einer weiteren Viertelstunde sollte das Ganze jetzt fertig sein. Auch schon die richtige Konsistenz haben. Also so ein kleines bisschen dicklich. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Ganze nochmal mit Salz und Chili nachwürzen. Ja, ich habe das jetzt zwar mit Reis gemacht, aber was auch prima dazu passt, ist zum Beispiel Weißbrot. Oder wenn ihr das nicht mögt, dann Vollkornbrot mit etwas Natur-Sojoghurt. Ja, mal probieren. Einfach köstlich. Also von der Schärfe ist das jetzt für mich genau richtig. Da müsst ihr, wie gesagt, euren eigenen Pegel finden. Ja, vielen Dank an Yeti für die Rezeptidee. Wenn ihr noch andere Vorschläge habt, was ich noch veganisieren soll, schreibt es mir in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch wieder viel Spaß beim Nachmachen. Und bis zum nächsten Mal. Tschö! Bis zum nächsten Mal. aelael Physics Bis zum nächsten Mal reci tested. Untertitelung des ZDF für funk, 2017